Und damit blicken wir nach Moskau zu Christoph Wanner. Christoph, wie ernst sollte man diese Drohungen aus Moskau nehmen? Ja, ich denke, man muss diese Drohungen sehr ernst nehmen. Man muss sich einfach nur mal vorstellen, Kaliningrad ist jetzt ein Oblast oder wir sagen Provinz, in dem eine Million Menschen leben. Und darüber hinaus ist das auch ein wichtiger Militärstützpunkt für die Russen in Kaliningrad. Da geht es gerade um die Iskander-M-Kurzstreckenraketen, die da stationiert sind, die auch mit nuklearen Gefechtsköpfen bestückbar sind. So und jetzt ist es so, dass man diesen Oblast nicht mehr so wie man das möchte mit allem, was man möchte, versorgen kann, weil es da jetzt eben Blockade gibt oder Sanktionen gibt, die den Transfer dorthin nicht mehr im vollen Umfang erlauben. Da geht es dann um Metalle, da geht es um Baumaterialien, da geht es aber auch um ganz normale Küchentechnik, die etwas teurer ist oder Zigarren. Also da ist die Palette an Produkten, die nicht mehr durch Litauen dürfen, jetzt groß. So und der Ärger ist natürlich riesig bei den Russen, weil jetzt nur noch der Seeweg bleibt. Die Schienen und auch die LKW dürfen eben nur noch begrenzt durch Litauen transportieren. Und jetzt nimmt sich der ganzen Sache der Chef des russischen Sicherheitsrates an, Nikolai Patruschev, der ehemalige Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB, ein Putin-Freund. Und von daher ist das schon ziemlich weit oben angesiedelt. Und Patruschev hat gesagt, ja, wir werden eine passende Antwort finden und diese Antwort wird der litauischen Bevölkerung wehtun. Ich denke, das wird sich alles im wirtschaftlichen Bereich abspielen. Keine militärische Eskalation zum jetzigen Augenblick, aber man muss einfach diplomatisch jetzt da was tun, damit es nicht doch noch in irgendeiner Form militärisch eskaliert. Die drei baltischen Staaten sind NATO-Mitglieder, würde dann sofort Artikel 5 des NATO-Vertrages kommen, Bündnisfall, dann würden wir da alle mit drin hängen. Das kann keiner wollen und noch ist es auch nicht so weit. Aber die Situation ist brenzlig. Christoph Wanner, vielen Dank für deine Ausführungen aus Moskau. Christoph Wanner, vielen Dank.